Berlin denkt quer. Wir glauben, dass die junge, hippe Stadt Berlin, die weltoffene Stadt, genau der richtige Punkt dafür ist, um die Leute zu mobilisieren oder zu begeistern, an dieser Entwicklung teilzuhaben. Die Robotik ist eine interdisziplinäre Wissenschaft. Wir haben sehr viele Kooperationen mit den Techniksoziologen, die uns sagen, wie werden die Roboter von der Gesellschaft aufgenommen, wie fühlen wir uns neben Robotern, wollen wir das? Und wie kann man diese Interaktion mit den Sensoren und den Sinnen so vereinen, dass wir Menschen uns wohlfühlen in der technisierten Welt, die kommen wird?